Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Und wir wollen jetzt hier mal gucken gehen, ob wir das finden, was wir finden wollen. Und ob das, was wir finden wollen, auch das ist, was wir finden müssen. Doch vielleicht finden wir nur den Tod, der unaufhaltsam auf uns zueilt. Wer weiß das schon? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Boah, ich dachte schon, hier steht jetzt gerade ein Skelett auf, ey. Was ist hier runter? Vielleicht nicht. Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Jezar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Hm. Ah, geht schon wieder ums Goma. Bin hier, glaube ich, schon falsch. Bin hier, glaube ich, schon falsch. Oder? Warte. Quatsch. M. Ja, nee, könnte doch richtig sein. Ich weiß es nicht. Hier geht es überall lang. Das ist ein Problem. Okay. Geht schon mal nicht lang. Oh, Seelenstein. Ein Buch. Forschungsnotiz. Nehmen wir auch mit. Mit den Seelensteinen auch. Okay. Ich möchte es hier aber auch nicht rausfinden, wie das aufgeht. Dann geht es hier halt nicht lang. Hö, ich bin ein bisschen. Wird euch eine leere sein. Wilde Spinne. Ist aber egal. Wir haben ja zwei Helferlein dabei. Die auch noch stärker sind als wir eigentlich, ne? Ja, es ist ja Wahnsinn. Hier geht es wieder nicht weiter. Doch hier. Jetzt hat er mal die Frage, ob wir richtig sind, ey. Boah. Wir müssen auf jeden Fall, der hat hier irgendwas gequatscht vom tiefsten Punkt. Nein. Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr hättet nie herkommen. was war das gerade hatte den grad beschworen so heiltrank nein danke das ist cool dass die die toten aufweckt was soll das das hier hat uns ganz schön genervt aber dank haben wir unsere sklaven der kollegen dabei ich würde mich auch eigentlich gerne umsehen aber wir sind eindeutig um himmels willen gott ok so was sollten wir vielleicht doch er achten mal das vielleicht mal ein wenig zurückhalten ja macht ihr mal ich guck mal noch auf die map ich hätte hier hinten irgendwo lange muss vielleicht doch mal zurück na toll hier ist das doch bestimmt wo ich nie Da oben, oder was? Aber da komme ich ja nicht hoch. Hm. Bin ja also vermute ich schon mal wieder vollkommen falsch. Ich gehe dann doch mal den anderen Weg lang. Er hat den Weg hier unten noch. Zu gucken, ob es vielleicht doch mal irgendwie richtig ist. Zum Beispiel kommt das da. Hm. Oh. Okay. Aha. Gehen aber, äh... Hat mir jetzt leider nichts gebracht, hier hoch zu gehen. Außer ein paar Truhen. Da muss ich hin. Wo komme ich da eigentlich? Hm. Wofür wird das denn hier hoch? Hm. Sind noch mehr solcher Dinger vielleicht? Hm. Fakke brauche ich natürlich nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo es lang geht, ey. Ich will mich aber auch hier nicht ewig so rumirren lassen. Aber von da kamen wir ja mal, ne? Ne, wir kamen von da. Wir gehen vielleicht mal hier lang. Da könnte ich ja dann auch irgendwo lang gehen. Wir kamen bestimmt von hier, oder? Hm. Hm. Das ist ja auch Quatsch. Warum hätten wir denn... Da waren wir da auch noch nicht. Warum geht's denn da? Ich... War das das, wo es da runterging, ne, oder? Nee. Wir waren hier. Geht das mir hier lang. Ich weiß es auch nicht. Ja, hier waren wir. Hier kamen wir nicht durch. Okay. Ich habe mich schon völlig verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Okay. Jetzt wird es natürlich kritisch hier. Ich habe null Peilung. Wo wir hin müssen. Wir gehen einfach mal überall lang. Irgendwo wird es schon der richtige Weg sein. Das sieht mir auch nicht gerade cool aus. Wie kann man das hier heute irgendwie beeinflussen? Das... Würde mich mal interessieren. Hm. Na ja, wir gehen auch mal... Geht's denn hier lang? Okay, da geht's lang. Hier geht's, denke ich mal, nicht lang. Doch. Novize ist kein Problem. Ja. Meine Truhe. Da ist definitiv kein Novize. Adapt. Ah, das war eng. Very, very eng. So. Hm. Interessant. Brauche ich noch nicht. Ansonsten ist hier denn nix. Brauche ich jetzt noch. Lehrling. Was? So. Rubin, ja. Halskette. Saubertrank. Alles mitnehmen. Und dann geht's hier erstmal weiter. Okay. Ich hab's getötet. Hey Frank. Nein! Trottel. Ja. Ja. Das soll doch eine Leere sein. Hier unten gibt's wohl nix. Außer Fallen. Hier gibt's überall Fallen, ne? Boah. Ich hasse es. Kann ich nicht... Dann die Leute erstmal irgendwo reinschicken und... ...die gucken lassen. Bevor ich irgendwo reingehe. Da gibt's ne Tür. Lehrling. Oh, nice. Ach Gott. Es wird euch eine Leere sein. Die haben eigentlich immer ganz gute Seelensteine. Ach nee, sowas. Okay. Truhe. So, und schon tragen wir zu viel. Äh, dann packen wir hier einfach mal ein bisschen was rein. Bisschen was schweres vielleicht. Ja, den Drachenknochen. Der bringt zwar viel Geld, aber wiegt auch viel. Scheiße, dann halt drauf. So, das ist ja. X. so wird so aber die hier sind blöd wir haben garantiert noch untergeschossen da wäre schon fast so weit gewesen gut dann waren wir auf jeden fall schon auf den richtigen weg da müssen wir rein und bald level ab oder ist das schon eine vielleicht noch ein zwei viecher töten dann könnte es soweit sein doch schon neue stufe ok wir gehen noch mal auf magiker irgendwie machen wir doch mehr damit dann warte mal schlösser knacken schlösser knacken schlösser knacken plotkami schon mal dänke hände 50 dann vielleicht mal jede kunst ist quatsch nix länglich Zerstörungszauber Runenmeister Ne, was haben wir hier? Ja, unsere stößt, unsere Gegner ja eh zurück Ein bisschen, oder? Hm Was, Runenmeister? Feuer Wir nehmen das So Wir sind ja auch gar nicht durchgegangen, oder? Oder? Doch Doch, doch Wir machen lieber ein bisschen schneller mit dem durchlaufen Hier wäre ich mir nie Oh Alle Leute sind gut Die kommen selbst gar nicht zu großartig zum zuschlagen Misty So Ja Habt ihr gut gemacht, Leute Heilung ist super Das hier gefällt mir gar nicht Ist der doof Sehr lustig Voll sinnlos der Hebel Toll, für den Zaubertrank Sind wir jetzt hier Hergegangen Ah, hier geht's runter Wie viel gefährlich so Wenn ich hier runterfalle Ich speichere mal lieber Ich kenn mich doch Irgendwann sterbe ich hier drin Ja Ja Ich benutze ja gerade kein Schrei Irgendwie klappt das mit den Schreien Nicht immer so Da geht's nicht weiter Geben wir hier Oh, easy Woher seid ihr gekommen Ach, mein Mägenstand Ist nicht Okay Dann gucken wir mal Hier Ganz wichtig Noch eine Truhe Gold, Dietrich Großer Seelenstein Sehr schön Das ist hier mit Experte Wir haben 87 Dietrich Na, wenn das mal nix ist Boah Das kriegen wir nie auf Ich krieg Gar nix hin Da bewegt sich gar nix Egal in welche Richtung Kein Millimeterchen Das gibt's doch nicht Ah, hier Ah Hat ja lange genug gedauert Für Ach, willst du mich verabschieden? Das ist ja Hier eine Dietrich-Verschwendung Rat Oh Weißt du So viel zu Wir haben viele Dietriche Alter, das Ich kann mir dann nicht merken Wie weit ich dann schon war Meine Güte Muss doch nicht sein So was Dafür so ein bisschen Kacke Weißt du So Aber wo geht's hier jetzt weiter? Ich meine Hier kann ich ja wohl schlecht runterspringen Wer ist da? Weiß ich nicht Muss Okay Das ist vermutlich falsch Ja, ist es wohl Denn jetzt habe ich hier Fest Ist ja super Die alte ja fein gemacht Ach, hier geht's weiter Okay Hier, Alter Hier, Alter Nein, nein Nicht mit mir Spring doch mal So viele Pfeilen, ey Wir müssen so aufpassen Okay Ähm Okay Steppen 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 Zeht noch irgendwas lustiges? Ja, ein bisschen Schrott Aber wie es hier weiter geht Sind wir in der nächsten Folge von Skyrim Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn nicht Dann nicht Und ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.